Hallöchen, Michael. Hallö, hallo, hallöchen. Wie geht es dir? Wie geht es dir? Du zuerst. Du zuerst. Ach so, das war jetzt, ich dachte, du wiederholst nur meine Aussage. Ja, aber ich möchte doch nicht als so selbstherrlich wieder gelten. Ach, Michael, jetzt mach dir doch nicht wieder so Gedanken, was die anderen denken. Ich mache mir immer so, es geht mir auch nicht um die anderen, es geht mir um dich. Und deine Bedürfnisse. Das ist lieb. Dein Gefühl. Wie geht es dir denn? So rein menschlich. Ach, mir geht es gut. Es ist ja Wochenende und ja, jetzt haben wir glücklicherweise endlich mal ein paar Sonnenstunden gehabt. Ich finde, das schlägt sich immer direkt aufs Gemüt wieder. Und dann fand ich das total super, dass wir so viele Rückmeldungen zu der letzten Episode bekommen haben. Fand ich auch eine ganz schöne Episode, es hat Spaß gemacht. Ja. Meine Mutter musste irgendwann abbrechen. Meine Mutter hört es ja immer, aber sie hat dann abgebrochen irgendwann. An welcher Stelle hat sie abgebrochen? Ach, als ich dich wieder falsch verstanden habe, wie ich dich ja immer so falsch verstehe, als du irgendwas von diesem Ausritt erzählt hast. Und natürlich sind wir ja, meine Mutter findet ja sowieso, dass ich noch ein bisschen zu kindlich bin für meine 46 Jahre. Das lassen wir jetzt mal so stehen. Ich werde sehr langsamer wachsen. Aber vollständig will ich ja auch nicht erwachsen werden. Was sind deine Pläne? Meine Pläne, ich habe nächste Woche, gönne ich mir mal so ein bisschen Auszeit. Und jetzt klingelt es. Was ist das denn für ein Klingelton? Ja, ja, ich habe diese Klingel, die wurden dann irgendwann mal installiert. Und du kannst ganz viele Klingeltöne einstellen. Und das ist jetzt jemand, der unten ist. Also oben ist das Klingeln anders, aber das ist Werbung. Also ich wüsste jetzt nicht, wer hier sein sollte, wer jetzt kommen sollte. Darum werde ich da jetzt nicht reagieren. Ach, sehr gut. Naja, das ist doch perfekt. Dann haben wir jetzt eine kleine Werbeunterbrechung gehabt und widmen uns eigentlich auch einem Thema. Das hast du gerade schon so ein bisschen angeteast. Ich habe nämlich eine Nachricht rausgesucht. Eine Hörerfrage von einer Frau. Und du darfst diesmal einen Namen aussuchen. Wie nennen wir sie? Sophie. Sophie. Okay. Und Sophie hat eine Frage. Sophie ist noch relativ jung und sie befindet sich in einer Zwickmühle und möchte sich sehr gerne kurz fassen. Hat sie auch ganz gut hingekriegt. Michael, ich lese jetzt einfach mal vor. Okay, mach. Wenn du dann zwischendurch das Bedürfnis hast, reinzugrätschen, so wie ich das hier dann auch immer mache, dann mach das einfach. Na gut. Aber wenn die so kurz ist, dann muss ich vielleicht gar nicht reingrätschen. Kann ich es mir vielleicht sogar merken. Na gut, wir fangen mal an. Wir fangen mal an. So. Hallo ihr Lieben. Mein Name ist Sophie, 22 und ich befinde mich zurzeit in einer Zwickmühle. Ich versuche mich kurz zu fassen. Ich bin seit letztes Jahr Juni Single und ich habe vor einiger Zeit jemanden kennengelernt, nennen wir ihn Felix, den ich extrem anziehend finde. Wir haben uns jetzt viermal getroffen, aber dann hat er sich nicht mehr zurückgemeldet. Schade eigentlich. Das ist ein Problem, das haben wir ja schon mal besprochen. Das kennen wir ja auch eigentlich ganz gut, ne? Na gut. Alle. Weiter geht's. Dann habe ich noch jemanden kennengelernt. Nennen wir ihn Basti. Sehr schnell, Sophie. Ja. Der auch sehr mein Typ wäre. Leider hat er nur eine Eigenschaft, die auch mein Ex hatte. Er stottert nämlich und das noch extremer als mein Ex. Irgendwie triggert es mich schon sehr, aber ist es nicht irgendwie nicht unfair von meiner Seite? Das verstehe ich aber nicht. Ihn deswegen auszuschließen. Da muss ich mal kurz reingrätschen. Inwiefern, was bedeutet denn triggern? Also triggern bedeutet, dass sie das Stottern antriggert? Nee, negativ. Ach so, negativ. Weil ihr Ex augenscheinlich ja auch gestottert hat und sie wahrscheinlich getriggert wird im Sinne von, vielleicht hatte sie, war das ein Grund, weswegen sie mit ihrem Exfreund nicht mehr zusammen ist? Wissen wir jetzt nicht, steht hier nicht drin. Und sie schreibt ja auszuschließen. Also wahrscheinlich, gehe ich stark davon aus, war das für sie eigentlich eine Eigenschaft, eine Sache, die sie gestört hat. Und jetzt hat sie sich, jetzt hat sie sich trotz dieser Eigenschaft, die sie gestört hat, aus ihrer Explosion, trotzdem auf den Bastia eingelassen. Vielleicht ist es ja ein Muster. So, weiter geht's. Er kann auch nichts dafür. Um mich mal zu ignorieren. Aber machen wir mal weiter. Genau, also, er kann ja auch nichts dafür. Den Sex und die Zeit zu zweit genieße ich. Und trotzdem merke ich, dass ich mich emotional nicht ganz fallen lassen kann. Warum kann ich das nicht? Zwinkers mal hier nach unten. Liegt es wirklich nur an dieser... Ja, das Stottern, das merken wir. Das heißt, vielleicht ist sie dadurch abgeturnt. Wissen wir nicht, ne? Ist jetzt nur Vermutung, aber es liegt daran. Das können wir ganz klar sagen. So, jetzt geht's weiter. Oder hast du Fragen bis dahin? Nein. Gut. Wenn ihr alle ignoriert. Manchmal kommt mir... Ich frage immer und du liest einfach weiter. Manchmal kommt mir auch aus dem Nichts die Fantasie, wie ich mit Felix Sex hab. In Klammern. In Wirklichkeit kam es aber leider nicht dazu. Felix ist ja der Typ, der sich letztes Jahr nicht mehr gemeldet hat. Die haben sich ja viermal getroffen. Er hat sich dann irgendwann nicht mehr gemeldet. Okay. Möchtest du was sagen? Naja, also steile These. Er hat sich nicht mehr gemeldet. Und sie ist davon geprägt, dass sich dieser Mann, der stottert, sie sozusagen nicht mehr verfügbar ist. Und sie will das jetzt auflösen, unterbewusst. Und sucht sich auch jemanden, der stottert, der aber ein Ersatz sozusagen ist, mit dem sie sozusagen dann jetzt zusammenkommen kann, um diese Verletzung zu überwinden. Aber der Felix, der hat ja gar nicht gestottert. Ich denke, beide haben gestottert. Ihr Ex-Freund. Beide haben? Das ist noch gar ein anderer. Ach so. Vielleicht sollten wir diese ganze Meldung mal umfordern. Ich mache das nochmal ganz kurz an alle, die da draußen jetzt noch ein Fragezeichen haben. Ich paraphrasiere das gerade nochmal. Also. Wie ist das? Sophie hat einen Ex-Freund. Der Ex-Freund, wir nennen ihn jetzt mal Toni. Toni ist ein Ex-Freund. Der hat früher mal, der hat gestottert. So. Toni ist Ex-Freund, Geschichte. Letztes Jahr hat dann Sophie einen Felix kennengelernt. Die haben sich viermal getroffen. Cooler Typ. Dann hat er einfach nicht mehr zurückgeschrieben. Sie fand ihn total anziehend. Nach Felix hat sie Basti kennengelernt. Basti ist ähnlich wie ihr Ex-Freund Toni gestottert. Das ist eine Eigenschaft, die sie nicht, mit der sie sich, ja, schwer tut und die dazu führt, dass da jetzt irgendwas in der Luft liegt. Kannst du mir bis dahin folgen, Michael? Jetzt verstehe ich. Gut. Vergesst alles, was ich gesagt habe bisher. Okay. Zu Design und Nachricht. Das heißt, jetzt ist es so, dass der Basti, den sie aktuell datet, dass sie aber eigentlich an den Felix denkt. Der Felix, der sich jetzt einfach nicht mehr gemeldet hat, der nicht mehr verfügbar ist. Ich habe Angst davor, das mit Basti zu beenden, schlussendlich die falsche Entscheidung getroffen zu haben und auch alleine dazustehen, besonders in der jetzigen Situation. Da finde ich, haben wir schon ein Motiv, alleine sein. In Angst vorm alleine sein. Jetzt kommt die Frage, wart ihr auch schon mal in so einer Situation und wie seid ihr damit umgegangen? Was würdet ihr jetzt an meiner Stelle machen? Ich danke euch sehr und habt einen wundervollen Tag. Eure Sophie. Herzlichen Smiley hat sich auch noch geschickt. Ach so, danke. Ich dachte, dass du jetzt immer die Mails vorlesen und du liest mal so die Emotis so schön mit. Ja, aber das ist ja auch wichtig, damit sich alle vorstellen können, wie das so geschrieben ist. Also die Frage an dich, Michael. Michael, was raten wir ihr und hast du auch schon mal so eine Situation gehabt, dass du nicht eins zu eins natürlich, aber eine Frau gedatet hast, die hat sich nicht mehr gemeldet. Dann hast du eine neue gedatet und aber an die andere gedacht. Also ich hatte es mal, das ist nicht so ganz vergleichbar, ich hatte mal was mit einer Frau, das hat nicht funktioniert und die hatte einen Namen. Nennen wir sie? Anne. Ach, kann man ja, ist ja egal. Julia. Die ist halt Julia. Und kurz danach habe ich, also wirklich die darauf folgende Frau, die ist auch Julia und das war ganz strange für mich, also weil, durch diese Vornamen sozusagen, weil du ja noch so viel mit dieser anderen, ich hatte ja immer so ganz intensive Geschichten da und da verband ich zu sehr dann mit dieser anderen. Und darum ist es, muss man ganz oberflächlich sagen, mit der zweiten Julia sozusagen nichts geworden, weil ich es einfach zu sehr damit verbunden habe. Aber das kann man eigentlich nicht so richtig vergleichen. Also das Erste, was ich dazu sagen könnte, wäre, wenn du darüber nachdenkst, Sophie, dass du allein sein könntest, wenn du ehrlich bist zu diesem neuen Freund, dann, das ist ja falsche Gedanke, denn das ist ja sehr, sehr unfair. Also das ist ja, letztendlich betrügst du dich selber und ihn ja auch, also indem du ja praktisch nicht ehrlich bist. Du bist nicht zu dir ehrlich und du bist nicht zu ihm ehrlich. Denn wahrscheinlich, überleg mal, wenn du jetzt, wenn der sich wieder öffnet, wir sind jetzt auch wieder in so einer Öffnungszeit und du lernst wieder jemanden kennen, der nicht stottert und der total, ach, wie der Typ ist, dann würdest du ihn wahrscheinlich für ihn verlassen. Musst du vielleicht mal in dich reinhorchen und was so ist. In deinem Alter ist das vielleicht auch wirklich noch so, da ist ja alles noch soweit. Hat man noch so viele Möglichkeiten. Dann ist ja gut, dass wir sie. Kann sich ausprobieren sozusagen. Genau, ja, dass wir so. Zum Alter her auch, ja. Aber sag mal, hast du das denn schon mal, auch schon mal gehabt? Oder vielleicht sage ich nochmal erst was dazu, bevor ich dir eine Gegenfrage stelle. Also ich finde, ich sehe es wie Michael, ich würde da offen mit umgehen. Ich finde es nicht verwerflich, sexuelle Fantasien zu haben. Da können wir gleich nochmal drüber sprechen, inwiefern man die vielleicht ausleben sollte. Das kommt ja noch, genau. Genau, genau, das ging es ja erst um das ethische. Genau, um das ethische, die ethische Beziehungsrahmen. Den Rahmen müssen wir erstmal einmal besprechen. Ja, also ich sehe es so wie du, Angst vorm Alleinsein, das sollte eigentlich, sei ehrlich zu dir selbst. Also wenn du jetzt meine kleine Schwester wärst, dann würde ich dir sagen, okay, ich würde das wahrscheinlich einordnen können und auch ein bisschen nachvollziehen können. Würde dir aber wahrscheinlich raten, über kurz oder lang deine Frau zu stehen und einfach tabula rasa zu machen und dich frei zu machen. Weil es bringt nichts, unfairerweise mit jemandem in einer Beziehung zu sein und Zeit zu verbringen, wenn man eigentlich nicht wirklich dahinterher ist. Ich glaube, das kennen wir alle auch. Es ist ihnen gegenüber auch wirklich unfair. Es ist euch beiden gegenüber unfair. Das muss man sich klar machen. Absolut, also auch von der anderen Seite, also wir haben das ja schon aus diversen Blickwinkeln mal betrachtet, auch so dieses Thema Ghosting und nicht ehrlich sein. Das könnte vielleicht auch dazu führen, dass du irgendwann an den Punkt kommst und dann einfach selbst auch verschwindest, keine Ahnung, genauso wie der Felix verschwunden ist. Aber, also wir merken ja selbst, dieser unfaire Umgang, da muss man ja noch nicht immer mal irgendwie verschwinden oder so. Aber das ist halt etwas, was ich echt schwierig finde. Und wir alle reden ja immer darüber, beziehungsunfähig, warum sind wir das denn eigentlich? Und wenn wir da ein bisschen ehrlicher zu uns in erster Linie sein würden und dann auch zu den anderen Mitmenschen und Menschen um uns, würden wir, glaube ich, ein bisschen, würden wir wahrscheinlich ein bisschen ehrlichere Beziehungen führen. Es ist natürlich auch, mach du, sag du. Marie, erzähl doch mal. Fahre fort, ich freue mich. Nee, und weißt du, das ist ja so eigentlich eine Diskussion, die kann man ja auch mal so ein bisschen von so einer Meta-Ebene betrachten. Das frage ich mich halt immer, weil jeder ist ja dazu da. Wir reden ja über eine wirklich auch Generation und ein Phänomen teilweise, was sich ja durchzieht. Und wenn wir alle mal wirklich anfangen, die Erwartungen, die wir an andere haben, erfüllen wir die eigentlich auch selbst? Weil, Sophie, ich bin mir sicher, du möchtest nicht eigentlich nochmal an so einen Typen wie den Felix geraten. So, deswegen frag dich mal, was du eigentlich im Umkehrschluss besser machen kannst. Ich glaube, dass der Basti dir eigentlich auch einen Spiegel vorhält, was ganz spannend ist. Also deswegen, und Michael ist jetzt gerade vor lauter Schreck in sein Mikrofon gekippt, deswegen möchte ich gerne das Wort an dich übergeben. Nein, ich habe dir deine Gestik nachgemacht, denn Marie sieht gerade aus wie so eine, wie Schwester Eva oder so, eine dieser deutschen Rapperinnen. Und so hast du immer so mit den Fingern immer reinge... Ja, weil ich das ja auch... Wie so ein wiederkehrendes Phänomen bei dir. Ja, genau, das ist dann Resolut, Resolut, Marie Resolut, Mr. M. Resolut, du hast zu viel Deutschrap. Aber dann, nee, ich mag, ich lehne, also ich mag keinen Deutschrap. Also das wäre für mich auch zum Beispiel ein Ausschlusskriterium. Ich habe mich wirklich immer mit Frauen gedatet und die haben ja gesagt, dass sie halt hören halt vor allem so Deutschrap. Da müsste ich leider abwägen. Also das ist ein Ausschlusskriterium für mich. Hm, was würdest du denn eigentlich sagen? Dass das interessant war, was du gesagt hast? Danke. Also dieses Gespiegelte letztendlich. Das sieht man ja meistens immer nicht. Man kriegt ja meistens immer erst mit, wie man sich selber vielleicht auch falsch verhält, wenn es mit einem selber gemacht wird. Wenn eine andere Person sich so einem selbst gegenüber verhält. Und mit diesem Filter kann man ja wirklich mal auch seine Handlung mal so ein bisschen abchecken. Ja, also wie würde man sich fühlen, wenn du selbst so behandelt wirst? Also wenn der Mann, mit dem du jetzt gerade zusammen wärst, sich so überlegen würde, naja, alleine will ich nicht sein. Da bleibe ich mal nochmal ein bisschen mit dir zusammen und dann gucken wir mal. Also bis die nächste vielleicht kommt. Also da bin ich mir sicher, dass er das nicht denkt. Nein, aber wenn du es drehen würdest. Ich weiß. Wenn du deine Gedanken jetzt mal, Sophie, auf ihn zum Beispiel legen würdest und dann würdest du ja mit, also wenn er so über dich denken würde und dann würdest du ja mitkriegen, dass das schon ganz drastisch ist. Ganz schön drastisch, genau. Und so möchte man eigentlich nicht behandelt werden. Deswegen der ganz klare Appell, was ja also grundsätzlich ist, wie man damit umgeht, einfach offen ansprechen und einfach auch die Eier haben, das zu beenden. Also ich meine, ganz ehrlich, natürlich ist es unangenehm, aber du wirst auch daraus lernen, ganz sicher. Also du wirst daraus lernen, du wirst stärker da rausgehen und du wirst auch selbst mehr wissen, was du möchtest und wer du bist. Genau. Die andere Frage, die natürlich da auch ein bisschen mitschwingt, so Fantasien. Hm. Wie du jetzt gerade guckst. Warum lachst du so dreckig? Na, wie du guckst. Jetzt habe ich dich noch nie lachen gehört. So dreckig. Fantasien. Ich habe die unterbrochen. Naja, das war ja so ein bisschen auch die Eingangsfrage, weil es gibt ja vielleicht auch Konstrukte, in denen man zusammen ist und in denen einfach die Tatsache, und da haben wir auch schon Nachrichten zu bekommen, einfach belastet, dass man in einer Beziehung eigentlich sagt, man ist glücklich, aber trotzdem an Sex mit anderen Menschen denkt. Das haben ja auch viele. Und da ist so ein bisschen die Frage, und das schwingt ja da auch mit. Beim Sex? Nö, auch unabhängig davon, also im Alltag vielleicht oder so. Wie man damit umgeht. Also, ich weiß nicht, wie ging die das denn, wenn du in Beziehung warst mit anderen Frauen? Hast du da auch an Sex mit anderen Frauen gedacht? Ähm, ja, naja. Also, es gab Momente. Aber gar nicht so oft. Nee, bei mir war es eher so, dass ich gar nicht an andere gedacht habe, sondern eher, dass ich so ein anderes Setting mir ausgedacht habe. Also, also, zum Beispiel hatte ich mal Sex mit einer Frau und hab mir vorgestellt, ich hätte sie gerade irgendwie im Club kennengelernt. Oder aus dem Club um 5 Uhr morgens, als hätten wir uns gerade kennengelernt und wären dann sozusagen nach Hause zu mir gegangen und würden miteinander schlafen. Aber das war eine Frau, mit der ich so schon ein paar Monate zu tun hatte. Aber das war irgendwie so ein Kopf, so ein Träger im positiven Sinne jetzt für mich, der mich dann halt da regter werden lassen. Aber ich bin jetzt nicht jemand, der dann die ganze Zeit im Alltag dann an Sex mit anderen denkt, wenn ich in einer Beziehung bin. Also, das ist bei mir nicht so. Aber ich kenne natürlich Leute, das ist ja auch mal ganz interessant, also so in langjährigen, längeren Beziehungen, die dann sozusagen, kaum ist die Frau weg, wird dann erstmal kräftig losmal onaniert. Also, wenn die mal über mich verreist sind oder so, mit Freundinnen unterwegs sind, dann wird da, und da wird natürlich auch an andere Frauen gedacht, die denken dann nicht an ihre Freundin, wenn sie dann onanieren. Aber das sind natürlich auch Beziehungen, in denen der Sex so ein bisschen eingeschlafen ist. Also, weil die schon wirklich länger sind. Aber das ist doch pauschalisiert. Na ja, also, die Feldstudie, die ich da betrieben habe, in den letzten 30 Jahren, das schließt ja viele dieser Männer ein. 95 Prozent. Weiß ich jetzt gar nicht. Ich finde, das klingt immer so nach Vorurteil. Also, grundsätzlich möchte ich nur dazu sagen, dass ich das überhaupt nicht schlimm finde, wenn man an anderen Menschen spricht. Nee, nee, das sage ich auch nicht. Aber das muss alles im Rahmen sein. Also, ich glaube, man kann sich dadurch auch Inspiration holen. Problematisch wird es halt nur, wenn man wirklich nur auch Lust bekommt, glaube ich, nicht mit dem Partner oder durch den Partner, sondern durch wen anders. Also, wenn man immer an jemand anders denkt, also, wenn ich jetzt beispielsweise immer an jemand anders denken würde, um überhaupt in die Stimmung zu kommen, Sex zu haben mit meinem Freund, dann wäre das ja schon problematisch, oder? Ja, weiß ich nicht. Also, es kommt ja darauf an. Also, es gibt, ich habe mal gelesen. Also, das ist zumindest nichts, was ich mir eigentlich wünsche und vorstelle. Und das ist auch nicht so. Das möchte ich an dieser Stelle auch nochmal sagen. Aber das ist die Frage, wo ist die Grenze? Genau. Also, es ist, glaube ich, auch so eine Sache. Fetisch ist das falsche Wort. Also, Salvador Dalí, habe ich mal gelesen, ja. Der konnte zum Beispiel nur kommen, wenn er onaniert hat. Also, er konnte nicht beim Sex kommen. Vielleicht konnte er auch keinen Sex haben, weiß ich gar nicht. Aber, also, er war in Beziehung, na, Ehe, was weiß ich. Und diese Frau musste sich damit anfreunden, er kann nicht kommen beim Sex mit ihr. Sondern, das war ein Teil Sex sozusagen, das er dann onaniert hat sozusagen. Und das ist ja dann auch nicht schlimm. Vielleicht hat er auch an andere gedacht, ich weiß es nicht. Aber das ist dann vielleicht so eine, es gibt vielleicht Leute, die dann halt wirklich so, vielleicht auch so überreizt sind. Das ist ja das Krasse. Also, in der heutigen Zeit gibt es ja unheimlich viele Dokus so, also, gerade bei Jüngeren, die so mit Pornografie so aufgewachsen sind, ja. Die mit zwölf sich schon da die Dinge da reinziehen können. Das ist ja alles erreichbar. Und dadurch halt extrem überreizt schon im Kopf sind, ja, durch diese Bilder die ganze Zeit. Und da geht es ja dann bis zu Erektionsproblemen bei jungen Männern, weil die halt so ein Reizlimit brauchen, ja, um, also eine Überreizung brauchen, um überhaupt erregt zu sein. Und das ist halt, vielleicht gehört das inzwischen schon dazu. Also, dass man auch an andere denkt oder so. Hast du auch mal die Erfahrung gemacht? Erektionsprobleme? Natürlich nicht. Nein, nein, nein. Also, das, nein, also keine, also in meiner, sagen wir mal, etwas maßlosen Phase damals, da konnte ich sehr, ziemlich lange Sex haben, weil ich durch Pornofilme wirklich überreizt war. Ja, also, weil ich, mein Problem war, ich konnte halt nicht kommen. Also, Erektion und so, das ging, aber ich konnte nicht kommen. Darum konnte ich zwei Stunden Sex haben mit den Frauen, die mir erzählt haben, naja, vier Minuten, die meisten konnten mal nach vier Minuten bei mir. Und mir ging das halt dann zwei Stunden. Und das lag auch am, das lag nicht auch, das lag an dem Konsum, ja. Ja, und das hat sicherlich, war das gut für Sexleben? Also, nur ich bin halt nie gekommen, ja. Also, da muss man dann auch mal ein paar Pausen dann so setzen, ja. Also, dass man sich selber disziplinieren. Also, ich weiß nicht, ist das schon Sexsucht? Das weiß ich ja gar nicht. Nein, also, das würde ich nicht sagen, dass das Sexsucht ist. Aber die Frage ist ja, wie bist du denn dann davon runtergekommen? Also, liegt das dann an der Frau und es passiert ja im Kopf? Ich habe pausiert. Nee, genau. Und dann ist, ich habe dann gesagt, okay, ich gucke mir sowas jetzt gar nicht mehr an, wenn ich mit dieser Frau, also, zusammen bin, ja. Und dann geht das natürlich wieder. Das ist krass. Man muss halt wirklich dann so eine Pause machen. Also, das reicht ja eine Woche oder nicht mal eine Woche. Und dann geht das. Ist das alles wieder entspannt. Wir kommen hier wirklich von Höckschen auf Stöckschen, wie ich ja immer so schön zu sagen pflege. Also, was ich eigentlich sagen wollte, ist, man sollte es vielleicht nicht so eng sehen. Und wenn, vielleicht ist es auch so, wenn derjenige das braucht, beim Sex mit einem, vielleicht an jemand anders noch zu denken, dann ist das halt so. Ja, also, das muss man ja vielleicht auch nicht mal besprechen. Also, ich glaube aber, wenn man im Kopf sich sagt, oh Gott, das ist alles ein Riesenproblem. Es ist kein Problem. Wenn du das brauchst, dann brauchst du es. Andere brauchen vielleicht irgendeinen Fetisch oder so. Ja, das ist ja, weiß ich nicht, ob das so ein Problem ist. Ich glaube, das könnte nur so ein Problem werden, wenn das halt einen Einfluss, einen negativen Einfluss auf die Beziehung hat, ne, zu den Menschen. Also, wenn du dann auch merkst, du kannst den anderen gar nicht mehr anfassen oder küssen oder so und hast gar kein körperliches Verlangen, dann würde ich mich da schon hinterfragen. Also, ich, ja, ich würde es nicht per se sagen, so, ach, ist doch alles easy und entspannt. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich zum Beispiel das noch nie so hatte. Also, bei mir ist das nicht so ausgeprägt, sage ich jetzt mal. Da geht es eher so darum, dass man sich mit dem Partner dann Fantasien macht zusammen. Aber jetzt nicht, dass ich denke, so, oh mein Gott, Ryan Gosling. Michael Last. Das ist diese üblichen, an die man immer so denkt. An die man immer so denkt, Ryan Gosling, Michael Last. Die üblichen Vertrechte. Alle in einer Reihe. Das ist ja auch sehr Klischee. Und ich meine, das muss ja noch nicht mal mal irgendwie eine berühmte Person sein. Das kann ja tatsächlich einfach auch jemand sein, den man gerade mal irgendwo im Supermarkt gesehen hat oder so. Und das Spannende finde ich halt einfach, glaube ich, da würde ich immer so reinhören. Deswegen ist es per se, finde ich, nicht schlimm, wenn man eine sexuelle Fantasie hat. Aber, ja, man sollte so ein bisschen wissen, was ist der Einfluss eigentlich? Das hat übrigens, Entschuldigung, das hat übrigens Sebastian Darm, also das ist ja schon ein bisschen her. Und Sebastian hat das damals zu mir gesagt, als ich dieses Problem hatte. Also dieses Problem, als wir zusammen nicht kommen können, dass er gesagt hat, ja, pass auf, dann guck dir doch kein Porno an, sondern geh doch einfach mal durch die Stadt. Also mit den Fantasien halt, mit Leuten, die man dann so vielleicht gesehen hat oder so. So hat man das als Teenie auch gemacht. Okay, verstehe. Und dann hast du, was hast du da gemacht? Also hast du das befolgt? Hast du dann nur geguckt oder? Also ich weiß nicht, ob das jetzt alles, das ist ja sehr indiskret alles. Nö, also es ist so, dass ich generell wirklich an Leute dann denke, mit denen ich auch wirklich was hatte. Das sind die besten Fantasien letztendlich. Es gibt ja so bestimmte Szenen, die sich dann irgendwie eingeprägt haben und die funktionieren. Gut. Gut. Aber bei dir ist das ja alles ganz anders offensichtlich. Bei mir ist es... Aber du hast einen Vibrator, hast du bestimmt, oder? Darauf antworte ich nicht. Zack, zack, zack. Du hast ja ein Vibratorzimmer bestimmt. Nicht, wenn ich dieses Lächeln richtig interpretiere. Das stimmt gar nicht. Das stimmt doch gar nicht. Nee, dass ich jetzt so lächle. Also ich sitze hier einfach nur... Ja, Sophie, ich würde sagen, wir haben deine Nachricht, haben wir jetzt beantwortet an der Stelle. Und ja, Michael, möchtest du zu diesem Thema noch was sagen? Naja, ich habe ja schon so viel... Ich habe ja schon nicht so nackig gemacht, wie man so sagt. Eine Quickie-Folge. Ja, ja. Aber die Frage ist ja auch, wenn man jetzt länger in Beziehungen ist, ob das dann... Also wie offen, findest du, sollte man, wenn man länger in Beziehungen ist, dann über solche Fantasien sprechen? Also das kann ja auch belebend wirken und belebend sein. Also ich finde, das muss ja nicht immer ein Geheimnis sein. Man kann das ja auch offen kommunizieren, oder nicht? Wann sollte man es kommunizieren? Also es kann ja auch sein, dass es der andere Person dann verletzt. Wenn man dann sagt, okay, ich denke jetzt die ganze Zeit an deine Schwester, oder was weiß ich. Sondern ich glaube, es geht eher darum, wenn jetzt zum Beispiel in längerer Beziehung lässt dir der Sex nach. Und wenn man das kultivieren möchte, wieder, dann glaube ich, sollte man schon darüber reden, wie man das vielleicht kultivieren könnte. Und wenn man so lange zusammen ist, dann ist das vielleicht auch gar nicht so ein Problem. Also mal ein paar Fantasien, also mal wirklich auch zu sagen, ja. Aber alleine so eine Rollenspielgeschichten, Rollenspielgeschichten, das kann ja schon wirklich viel auslösen. Also ich hatte ja lange Zeit nicht gedacht, dass ich das irgendwie auch so irgendwie erregend finde. Man hat ja mal diese Klischees. Gibt es ja diese Klischees mit diesen... Was meinst du denn mit Rollenspielen? Diese Hausmädchen, gibt es ja sowas, ja. Und sowas hat man dann im Kopf, ja. Und dann denkt man, das ist ja nur lächerlich, ja. Aber ich hatte sowas zum Beispiel mal, ich hatte ja früher Brillenträger, also ich war ja kurzsichtig und hatte, und hab dann meine Augen operieren lassen. Also ich hab jetzt 120% Seelquatsch oder so. Und ich hab aber eine alte Brille noch. Und die war auch gar nicht so billig und die haben die mir wirklich gut angepasst, die passt gut zu meinem Gesicht. Und eine meiner Ex-Freundinnen, die fand das immer sehr scharf, wenn ich diese Brille beim Sex auf hatte. Das hätte ich nie gedacht, dass mich das so anstrengert. Aber wir durften das auch nicht, wir durften das immer nur so einmal im Monat dann nehmen, weil sonst wäre dieser Reiz verschwunden. Das ist doch ganz witzig. Aber das ist ja eher so eine, das ist ja auch so, was ist das, ein Rollenspiel? Naja, ich hab mir das so im Kopf so ein bisschen auch so gedacht. So ein goldiges Rollenspiel. Ein goldiges Rollenspiel. Die Intellektuelle erregte mich, genau. Aber, also ich bin der Überzeugung, dass das auf jeden Fall gut ist, wenn man auch weiß, dass der Partner Fantasien hat oder man irgendwie an bestimmte Orte oder sowas denkt. Das müssen ja auch nicht immer, das müssen ja nicht immer andere Menschen sein. Das kann ja auch einfach etwas sein, was man mit dem Partner zusammen erlebt. Du hast es jetzt gerade auch gesagt, Rollenspiele, das ist ja was, was man zusammen machen kann. Naja, ja, natürlich. Na, das macht man ja zusammen. Ja, aber deswegen, ich finde das ja eigentlich, ich finde das eigentlich gut. Und man kann ja auch mal zusammen überlegen, statt zum Beispiel Pornos zu gucken, hast du ja vorhin auch thematisiert. Ich glaube, heute ist ein bisschen viel thematisiert, muss ich gestehen. Naja, aber das kann natürlich auch ein schöner Ersatz sein. Also, dass man einfach sich zusammen da so eine kleine Fantasiewelt baut. Das finde ich eigentlich ganz schön. Genau. Bei mir ist es halt so, diese ganze, also diese Geschichte mit diesen Filmen, die hat sich irgendwann erledigt bei mir, weil ich festgestellt habe, dass meine Fantasien viel erregender für mich waren als diese Bilder. Die Bilder, die haben dich irgendwie, ich weiß nicht, woran es lag, aber es war dann irgendwann aufgebraucht, sozusagen. Und hat gar keinen Reiz richtig mehr produziert. Und das ist dann eher dann, die Fantasie hat da viel mehr da gemacht, ja. Ja, das ist schon viel besser. Aber die Frage, die natürlich bei solchen, vielleicht bei dir auch ein bisschen in diesen Sachen, die du da sagst oder da erzählt hast, mitschwingt, ist ja vielleicht, wo fängt Betrügen an oder was sieht man als Betrug? Ob man es schon als Betrug sieht, wenn jemand im Kopf an andere denkt? Es gibt Leute, die das so sehen. Ja, aber … Siehst du das so? Nein. Nee, ich sehe das auch nicht so. Das muss sie mir aber auch nicht sagen, dass sie jetzt irgendwie gerade an ihren Exfreund denkt, während wir Sex haben oder so. Nee, nee, nee. Also ich sehe das auch so. Ich finde, das ist kein Betrug, also in die eine oder auch andere Richtung. Ich finde das jetzt auch, wenn ich wüsste, mein Partner denkt jetzt mal an wen anders, fände ich das jetzt gar nicht, finde ich das überhaupt nicht, würde ich nicht als Betrug werten. Die Frage ist nur, wenn du es wirklich, wenn eine Intention dahinter ist, also wenn du, das meine ich gerade, wo ist da die Grenze an sexuellem Interesse an anderen oder auch Kopfkino? Weil wenn es wirklich einen Einfluss hat auf deine Beziehung und in dem Moment auch irgendwie die Gefühle ändert zu deinem Partner, dann finde ich das tricky und dann würde ich da auch appellieren, ein bisschen näher hinzuhören. Aber wenn es halt mal situativ ist, dass man denkt so, ja gut, ich denke jetzt mal an den oder an das oder an was auch immer, dann ist das, finde ich, in Ordnung, solange man eben die Grenzen kennt und das auch ehrlich einschätzt und auch für sich dann wertet. Also ja, und Fremdgehen weiß ich gar nicht. Also ich finde nicht, dass es Fremdgehen ist. Also ich kenne einen Mann, der ist auch so in meinem Alter und der ist der Meinung, da ging es um Betrügeln, um Affären. Und der hat gesagt, also für ihn fängt das schon an, also wenn man schon, also sehr früh, also auch schon in Gedanken und sowas, habe ich jetzt schon ein bisschen, weiß ich nicht, ob das religiös geprägt ist, so wie ihn, der kommt ja aus Baden-Württemberg ursprünglich. Aber, halt, das ist das natürlich so. Ich finde, wichtig ist es zum gewissen Grad auch gut, dass jeder so ein bisschen sein Geheimnis auch hat, weil ich glaube, da kann sich keiner von frei machen, wenn man mal ganz ehrlich ist. Und dass man aber auch gewisse Dinge einfach in die Partnerschaft mit einbringt. Und wenn man merkt, das hat einen Einfluss und verändert meine realen Gefühle, die ich für meinen Partner empfinde, für meine Partnerin empfinde, dann, wie gesagt, ein bisschen näher hinhören und ein bisschen auch darüber reden vielleicht. Ja, so sehe ich das. Aber ich glaube, bei den meisten ist das gar nicht so der Fall. Ich glaube, man sollte, wenn man solche Fantasien hat, also in diesen Maßen, dann muss man das nicht mitteilen, dem Partner. Das könnte ihn ja verletzen. Aber wenn man jetzt, es geht ja darum, meistens geht ja bei solchen Sachen, wenn man wirklich jetzt mal, wenn es so ein bisschen ausläuft, wenn es ein bisschen ruhiger wird und man sich sagt, okay, in einer längeren Beziehung, oh, jetzt wollen wir mal dran arbeiten, naja, arbeiten, das ist ein bisschen doof, aber wollen wir das mal ein bisschen organisieren, dass man vielleicht ein Date hat mal oder einmal in der Woche, als ich sage, okay, wir haben dann am Mittwoch immer dieses Date, als würden wir Single oder als würden wir uns zum ersten Mal treffen oder ein Hotelzimmer nehmen oder was weiß ich. Dann kann man natürlich dann auch über bestimmte Sachen ansprechen. Finde ich gut. Finde ich auch gut. Finde ich auch gut. Ja, also in diesem Sinne, lasst uns mal vielleicht da draußen auch eure Meinung dazu hören, ob ihr schon mal schlechte Erfahrungen mit sexuellen Fantasien gesammelt habt und die einen Einfluss auf eure Beziehung hatten oder vielleicht auch nicht oder vielleicht auch eher im Gegenteil. Deswegen schreibt uns an podcast.michaelnast.com Ja, Michael, dann würde ich sagen, möchtest du noch was hinzufügen zu dem Thema? Nein, also ich würde wirklich hinzufügen, weil das interessiert mich jetzt wirklich mal, was du eigentlich gesagt hast gerade. Also schickt uns mal ein paar Erlebnisse. Oder wenn ihr euch etwas jetzt in den Sachen, die wir gerade erzählt haben, wir haben ja sehr umfangreiche Sachen, wir haben ja sehr viele Themen gerade angeschnitten, ob ihr da Erfahrungen gemacht habt, die euch beschäftigen. Vielleicht schickt uns da mal eine Nachricht zu. Ja, in die eine oder andere Richtung. Und das muss ja auch nicht immer negativ sein. Das kann ja auch mal irgendwie was Positives sein. Auch gerade wenn so ein Sexleben eingeschlafen ist, dass man vielleicht auch einen Umgang findet, so Fantasien einfach positiv für sich einzusetzen. Da fällt mir noch eine schöne Anekdote ein. Das ist aber schon eine Weile her. Und zwar hatte ich eine Freundin mal, 2003 war das. Und da ist das Sexleben in einer längeren Beziehung langsam so eingeschlafen. Und dann haben wir uns gesagt, was machen wir denn da? Dann leihen wir uns mal ein Porno aus. Und dann sind wir in die Videothek. Meine Freundin war sehr eifersüchtig, meine damalige. Und die hat dann gesagt, okay, ich gehe alleine in die Abteilung. Also habe ich schon vorne gewartet. Weil ich sollte da nicht irgendwelche Frauen vielleicht sehen, die mir gefallen. Und dann hat sie auch bewusst einen Film aus, also sie hat sich auch extrem geekelt. Also da ist ja diese Cover, das ist ja nur eine Fleischbeschau. Also das ist ja überhaupt nicht mal sexuell attraktiv. Also dieses ganze Fleisch, was da zu sehen ist. Und dann hat sie aber, sie musste da durch, ich musste sich das genau angucken, weil sie sich Filme aussuchen wollte, in denen die Frauen möglichst unattraktiv waren. Damit sie nicht eifersüchtig werden konnte, wenn dieser Film lief. Okay. Und dann, als wir dann diesen Film haben laufen lassen und Sex hatten dabei, da hatte ich so einen großen Spiegel über den Sofa hängen. Und da ist mir aufgefallen, dass mich dieser Film gar nicht interessiert hat, sondern dass es viel besser war, uns in diesem Spiegel zu sehen. Das ist ja so, als würde man einen Pornofilm sehen, in dem man selber mitspielt. Und das war viel der Regner. Das heißt, die Geräusche liefen dann nebenher und du hast dann einfach dich selbst angeguckt. Ja, und immer so die Muskeln angespannt dabei, wie im American Psycho. Nein, natürlich nicht. Ich bin mir sicher, dass dieses Bild auf jeden Fall ziemlich viel Kopfkino jetzt in den Köpfen der Zuhörerinnen und Zuhörer erzeugen wird. Also heute kann ich wirklich sagen, ich habe mich heute mal wirklich im Kopf und Kragen geredet, viele Sachen erzählt, die ich eigentlich nicht erzählen wollte. Aber vielleicht geht es genau darum. Und im Gegensatz dazu hat Marie sich natürlich wieder völlig zurückgehalten. Das stimmt ja gar nicht. Ich habe ja auch mal ein Senf dazu gegeben. Genau. Und in der nächsten Folge geben wir noch ein bisschen das Eingemachte. Ja, das würde ich auch sagen. Bei dir. Ach so, ach so, ach so. Würde ich auch sagen, ja. Ja, natürlich, natürlich, natürlich. Ja, also gut. Ich wollte ja mit Karl noch absprechen, dass du da möglichst so viel erzählen kannst. Ist ja alles inkognito. Kannst du ihn noch mal fragen. Ja, ist ja noch ein bisschen Zeit bis dahin. Also deswegen, ihr Lieben, schreibt uns doch viele Nachrichten, die wir dann einfach in der nächsten Folge vorlesen können. Da würde ich mich persönlich total drüber freuen. Und Michael, ich wünsche dir auch erst mal noch ein wundervolles Restwochenende. Ja, ich dir auch. Dankeschön. Euch allen natürlich auch viel Freude beim Hören, egal wo ihr gerade seid. Grüß an Sophie. Ach so, ja, auch von mir Grüß an Sophie. Ich habe es dir noch gar nicht erzählt, gerade weil du ja da sicherlich das nachempfinden kannst. Ich hatte gestern einen Fahrradunfall. Echt? Ja. Ui. Weil das Wetter so schön war. Da dachte ich, ach, da fahre ich noch. Ich war gestern in Stendal, um diese Schule für die Festrede zu besuchen. Und dann bin ich zurück. Da dachte ich, oh, das Wetter ist so schön. Da fahre ich noch mal zu meinen Eltern. Und vorne Frankfurt Allee, da waren irgendwie, da sind die Leute, waren so viele Leute auf dem Fahrradweg. Also genau in der Kreuzung von diesem Ringcenter. Und dann bin ich mit einer jungen Dame hinten raufgefahren und habe mich voll hingeplättet. Aber es ist nichts, Gott sei Dank nichts passiert. Das ist das Einzige, ich habe nicht mal geblutet. Und dann, als ich die Kette wieder raufgemacht habe, da habe ich mir ja so, war meine ganze Hand blutig, weil ich mich da irgendwie geschnitten hatte an so einem Zahn. Also noch mal, diese junge Dame, die da mir so geholfen hat, die auf dem Fahrrad vor mir war. Dankeschön, falls du eine deiner Freundin das vielleicht hören solltest, denen du erzählt hast, dass du einem Mann, der auf dich hinten raufgefahren hat, geholfen hast. Vielen, vielen Dank, das war sehr nett. Und was ich sehr krass ... Das hast du absichtlich gemacht. Nee, nee, das war echt krass. Ich bin wirklich über den Lenker geflogen. Da schon. Und was ich auch noch mal sagen muss, es ist einfach krass, wie viele Leute gekommen sind, um zu helfen. Das ist gut. Ich lag dann da und es war gar nicht so schlimm. Und plötzlich standen zig Leute um mich rum, die alle wirklich helfen wollten. Und ich hatte ja wirklich so einen kleinen Adrenalinstoß. Also so ein bisschen, ein bisschen so, ja. Und ich wollte einfach nur schnell weiter. Nein, mir geht's gut. Lassen Sie die Finger von mir, mir geht's gut. Nein, 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 nein. Aber in so einer Situation guckt man sich ja, dann gucke ich dann auch immer so meine Hände an oder so, weil da durch den Adrenalinschock, durch den Schock, kriegst du ja nicht ... So was hatte ich auch schon mal, bin ich gestürzt. Und dann ist mein Finger, war dann so ausgekugelt. Und ich habe es natürlich nicht gemerkt. Dann gucke ich mir seitdem immer meine Hände an, ob vielleicht schon nichts passiert ist. Oh mein Gott. Na gut, aber dann bin ich ja froh, dass dir nichts passiert ist. Ja. Ja, kann natürlich auch eine Anmache sein für einen Flirt. Nee, sie war doch vor mir. Also ich hätte, dann hätte ich sie ja anmachen, aber jetzt finde ich ein bisschen ... Also so gewalttäte ich immer dazu. Ich habe gesagt, ey, weil es war so, dann waren diese beiden Mädchen, die sozusagen im Weg standen. Und ich, und sie hat halt gebremst und ich habe diese bräsigen Gesichter von diesen beiden Mädchen gesehen. Ich dachte, ey Mädels, lauft bitte weiter. Und sie lief nicht, weil ich mir nur geguckt. Und dann gucke ich runter und pralle auf dieses Fahrrad auf. Ja, das ist unglaublich. Das ist doch der Nast. Das ist doch der Nast. Nee, da kennt man mich nicht. Helm. Ja, ich weiß ja, wie du mit Helm aufsiehst. Na gut, also wäre ich aber froh, dass dir wieder gut geht. Und das nächste Mal fahr bitte vorsichtig. Ja, das Leben ist ... Mein Leben ist ein Abenteuer. Eben Tag. Ein Drama, auf allen Ebenen, Drama. Passiert so viel. So. Ohne es zu wollen. So. So hat meine Ex-Freundin immer Gespräche beendet. Ich glaube, das ist auch deine Intention. Ja, nee, ja, schon, um ehrlich zu sein. Weil ich glaube, ich finde, wir haben jetzt ja alles gesagt für heute, oder? Alles. Ja, es ist wirklich alles. Eigentlich viel zu viel gesagt worden, aber ... Ich möchte mal sagen, dass ... Oh, du hast deinen Müllkauten am Hof, würde ich sagen, oder? Ja, das ist wieder so. Einer geht noch, komm. Ja, in diesen Plattenbeuten, da heilt das ja immer so, ne? Ja. Das ist kein Plattenbauch. Egal. Ich wollte nur sagen, die Länge der Nachricht von Sophia fand ich sehr gut. Also habt ihr so ein ungefähres Gefühl dafür, wenn ihr uns schreibt, dann können wir das sehr gut auch lesen und abhandeln. Lesen und abhandeln, wollte ich sagen. So, Michael. Du handelst das ab. Ich beschäftige mich damit. Ich setze mich damit auseinander. Ich fühle mich da ein. Ja, ich versetze mich da rein. Ja, ja, ja. Ich handel da gar nichts ab. Ja, natürlich bin ich auch emotional dabei. So, Michael, ich muss jetzt wirklich los. Ich habe noch einen Termin. Ja, ich sehe schon. Dann wünsche ich euch einen wunderschönen, was auch immer für eine Tageszeit ihr habt. Tag, Abend, Nacht, Morgen, Mittag. Und wir hören uns in einer Woche am Donnerstag. Und folgt uns bei Instagram und Apple Podcast. Spotify. Genau. Spotify. Überall. Damit ihr auch seine Folgen mehr passt. YouTube. Ja, genau. Ja, damit halten wir alles. Tschüss, Michael. Bis dann. Happy, happy Wochenende. Ja, tschüss. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.